Als du mich verlassen hast, habe ich noch nicht einmal bemerkt, dass du weg warst. Ich habe darauf gewartet, dass du wieder nach Hause kommst, und erst als es an der Zeit war, ins Bett zu gehen, habe ich gesehen, dass die Zahnbürste verschwunden war. Ich schaute bei den Koffern nach. Sie waren alle noch da, nur eine kleine Tasche fehlte. Ich redete mir ein, ich sei ohne dich besser dran, und solange du nicht zur Polizei rennen und ihnen irgendwas erzählen würdest, was die Missbrauch nennen würden, würde ich dich auch in Ruhe lassen. Natürlich hätte ich dir folgen können, aber ich wollte nicht. Verstehst du das? Ich wollte dich nicht mehr. Und ich hätte dich auch in Frieden gelassen, wäre da heute nicht dieser winzige Artikel in der Bristol Post gewesen. Sie haben deinen Namen nicht abgedruckt, aber glaubst du wirklich, ich hätte nicht sofort gewusst, dass es um dich geht? Ich stellte mir vor, wie die Polizei dich nach deinem Leben fragt, nach deinen Beziehungen. Vor meinem geistigen Auge sah ich, wie sie dich verhört und dir Worte in den Mund gelegt haben. Ich sah, wie du ihnen unter Tränen alles erzählt hast. Du würdest zusammenbrechen, das wusste ich, und es würde nicht lange dauern, bis sie auch an meine Tür klopfen und mich nach Dingen fragen würden, die sie nichts angingen. Sie würden mich ein Schläger nennen, ein Vergewaltiger, ein Frauenquäler. Doch ich bin weder das eine noch das andere. Ich habe dir immer nur gegeben, was du verdient hast. Rate mal, wo ich heute hingegangen bin. Komm schon, rate! Nein? Ich bin nach Oxford gefahren, um deine Schwester zu besuchen. Ich ging davon aus, wenn irgendjemand weiß, wo du jetzt bist, dann sie. Yves Lächeln verschwand ziemlich rasch, als sie mich sah. Ian, sagte sie. Was für eine Überraschung! Ja, es ist lange her, erwiderte ich. Sie hatte noch nie den Mumm, mir ins Gesicht zu sagen, was sie von mir hält. Ich trat durch die Tür und in den schwarz-weiß gefließten Flur. Yves blieb nichts anderes übrig, als zur Seite zu treten, und ich ließ meinen Arm über ihren Busen streichen, als ich an ihr vorbei ins Wohnzimmer ging. Ich setzte mich in Jeffs Sessel, denn ich wusste, dass sie das hasste, und Yves ließ sich mir gegenüber nieder. Ist Jeff nicht da? fragte ich. Da funkelte etwas in Yves Augen. Sie hatte Angst vor mir, erkannte ich. Ein erregender Gedanke. Es war nicht das erste Mal, dass ich mich fragte, ob Lady Yves im Bett wohl genauso verklemmt war wie du. Er ist mit den Kindern in der Stadt. Warum bist du hier? Ich bin nur auf der Durchreise, antwortete ich und schaute mich in dem großen Wohnzimmer um. Yves hat es seit unserem letzten Besuch umgestaltet. Es würde dir gefallen. Sie haben die Wände jetzt in diesen nichtssagenden Pastellfarben gestrichen, die du auch in unserer Küche haben wolltest. Ja, es ist wirklich lange her, Yves, sagte ich. Yves nickte knapp, erwiderte aber nichts darauf. Ich suche nach Jennifer, sagte ich. Was meinst du damit? Hat sie dich etwa endlich verlassen? Wir haben uns getrennt. Ist sie okay? Wo wohnt sie jetzt? Was fällt ihr ein, sich Sorgen um dich zu machen, nach allem, was sie gesagt hat, diese heuchlerische Hexe? Wie? Ist sie etwa nicht direkt zu dir gelaufen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ach, wirklich, sagte ich. Ich glaubte ihr kein Wort. Aber ihr zwei steht euch doch so nahe. Du musst doch zumindest eine Ahnung haben. Wir haben seit fünf Jahren nicht mehr miteinander gesprochen, Ian. Sie stand auf. Ich denke, du solltest jetzt besser gehen. Willst du mir wirklich sagen, dass du in all der Zeit kein Wort von ihr gehört hast? Ich streckte die Beine aus und lehnte mich zurück. Ich würde selbst entscheiden, wann ich ging. Nein, antwortete Yves. Kurz huschte ihr Blick zum Kamin-Sims. Und jetzt hätte ich gern, dass du gehst. Mit seinem Gasbrenner und den falschen Kohlen war der Kamin eine ziemlich peinliche Angelegenheit. Auf dem weiß gestrichenen Sims standen ein paar Post- und Einladungskarten neben meiner alten Uhr. Ich wusste sofort, was sie mich nicht sehen lassen wollte. Du hättest ein wenig nachdenken sollen, Jennifer, bevor du etwas so Offensichtliches verschickst. Da war es. Ein Foto von einem Strand, aufgenommen von einer Klippe aus. Und auf dem Sand stand Lady Yves. Ich stand auf und ließ mich von Yves zur Tür scheuchen. Ich beugte mich vor, küßte sie auf die Wange und spürte, wie sie vor mir zurückzuckte. Ich musste gegen den Drang ankämpfen, sie mit dem Gesicht gegen die Wand zu schlagen. Yves öffnete die Tür und ich tat so, als müsste ich erst nach meinen Schlüsseln suchen. Ich muss sie im Wohnzimmer gelassen haben, sagte ich. Bin gleich wieder da. Ich ließ Yves im Flur stehen und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Dort schnappte ich mir dann die Postkarte und drehte sie um. Doch ich fand nicht die Adresse, auf die ich gehofft hatte, sondern nur eine rührselige Botschaft an Yves in deiner typischen unsauberen Handschrift. Ich schaute mir das Foto genauer an. Wo warst du? Ich drohte förmlich zu platzen und zerriss ich die Karte in Stücke. Ich fühlte mich gleich besser. Dann stopfte ich die Fetzen hinter die Tür, im selben Augenblick als Yves den Raum betrat. Hab sie, sagte ich und klopfte auf meine Tasche. Yves schaute sich um, ohne Zweifel erwartete sie, dass etwas nicht stimmte. Soll sie doch gucken, dachte ich. Soll sie sie doch finden. Es war schön, dich wiederzusehen, Yves, sagte ich. Wenn ich das nächste Mal in Oxford bin, komme ich wieder vorbei. Ich ging zur Tür. Yves öffnete den Mund, sagte aber kein Wort. Also nahm ich ihr das ab. Ich freue mich schon drauf. Kaum war ich zu Hause, habe ich online gesucht. Die Klippen hatten eindeutig vertraut ausgesehen, als wären sie in der Nähe. Sie umgaben den Strand von drei Seiten und düstere Wolken bedeckten den grauen Himmel. Ich suchte nach Strände in Großbritannien und scrollte die Bilder durch. Wieder und wieder klickte ich auf eine Seite, doch alles, was ich fand, waren Urlaubsfotos von Sandstränden voller lachender Kinder. Ich änderte meine Suche in Strände in Großbritannien mit Klippen und scrollte wieder runter. Ich werde dich finden, Jennifer. Egal, wo du auch bist, ich werde dich finden. Und dann komme ich dich holen.